Lalalala Irgendwann werde ich Ranked fertig sein Irgendwann Das heißt das Typ ein bisschen kacke läuft gerade Oh ein bisschen sehr Warten wir das ändern wir kurz Ah man Ich hoffe dass er sich jetzt stabilisiert Hoffe ich zumindest Spray ist hier Spray ist da Lalalala Ich konnte Waffen haben Ah Übungsgefecht weißt du Das war ein Mist Ich mag keine Übungsgefechte Schnell bewegen können Waffen Aber das sieht man hier gar nicht schade Übungsgefechte sind kacke Ah Mist Ah das hätte ich gedacht Ah Aber den müsste ich auch mal üben Aber ich bin dem voll schlecht Ah toll Nils hören das Match an Wo ich gerade nicht üben wollte Ankommen beim Tempel des Anubes Ankommen beim Tempel des Anubes Beziehen sie Verteidigungsstellung Wählen sie ihren Helden Ja Ich sehe schon das wird nicht gut laufen Kein Tank kein Heiler Es hat immer keinen Bock um Ein Tank Kein Bock um sich rumzustellen jetzt Erstmal gucken wie es läuft Geht ja nur darum der Will 5-2-Jo mal zu kink An einem neuen High-Score An einem neuen High-Score Ich glaube ich voll sinnlos rum Sammelt euch bei mir Da will einer vielleicht bin ich hier hinter versteckt sie kommt von da an hier kann ich glaube ich im Kreis laufen dann kann ich mich dabei heilen, das ist perfekt ich glaube wir haben keinen Heiler das ist viel gerne ein Mitglied, das ist sehr gut jetzt muss ich noch was nachchecken entschuldigung ich habe sie gesehen kommt immer noch keiner nach vorne ich bin einfach hier jetzt kommt keiner von nachher daneben aber wenn die Teile haben, schaffen die das da abschuldigen oh nein ah Mist scheiß betäubt das Gute, dass ich gerade wach geworden bin das Gute direkt um die Weitermachen will das ist eingeschwollt, oh das ist jetzt soweit oh 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 ich hasse die Karte na toll na toll ich wollte nur ein bisschen Trouble machen schon sterbe strecken egal egal nicht drüber aufregen ein schönes Let's Play machen aber wenn Twitch momentan Probleme mit dem Upload hat also zumindest bei mir habe ich da jetzt nicht so groß die Möglichkeit das ordentlich zu machen wie ich das vor hatte ähm ich bin momentan am überlegen ich bin momentan am überlegen ob ich ähm das Let's Play was ich vor hatte ähm quasi als Live-Let's Play aufnehme damit ich es direkt auf Twitch habe dann nochmal mal war joha ja na ha man äh dann noch mal render und ordentlich mache für youtube und halt auch facebook wenn man dann noch eine bessere qualität hat, das war's, guck mal ich da hinten rum eine bessere qualität hat, wenn man es dann im nachhinein guckt aber von hinten hoch gibt es doch nicht, ich hatte den punkt, dass ich den schilder da einfach rum und wegsack, ja sowas hatte ich mir gedacht, aber jetzt guck ich mir jetzt eh kaputt, kann ich ihn auch mal nehmen, jetzt geht es vorbei dauer au au der war gut ich bin mit dem total schlechter Beispf ich verliert eh ich muss mich auch an alle Leute mal ein bisschen gewöhnen hier, damit ich mehr wechseln kann ich muss meinen Namen der pump ist quasi schon wieder weg aber toll ich kann mit dem echt nichts, gar nichts, wirklich nichts ich kann mich über das ich bin nicht gut gegen den gleichen ja aber kam über das licht der 6-2 das ergibt sind Egal. Ich warte nur darauf, dass wir verlieren. Da ist er schon wieder. Jetzt habe ich den Schuhkörper bekommen. Ja, echt mega. Ich hasse den. Ich weiß trotzdem mal. Trotzdem ist es im Zwang. Scheißegal. Ich denke, wenn du sie stranden. Irgendwann. Ich habe nicht so gekämpft. Ich bin schlecht burnt. Soli schallt was. Mir ist es. Das ist die erste Zeit. Meine Heilung Das könnte man echt knapp noch gewinnen Ah Mist Hab ich gerade wieder so Piepen gehört, haben die sich wieder einen Punkt, das gibt es doch nicht Ich meine, die müssen jetzt auch alles nach vorne schmeißen so langsam Nein Egal, läuft ruhig, aber trifft keinen, weißt du Voll verschwendet Ha, ätzend Ich wollte jetzt zurückstehen müssen Ich muss leben Ich muss leben Nein Ah Mist Jetzt verlieren wir trotzdem noch mehr am Ende Und zack, verloren Deswegen, so kann man die Spiele halt auch gewinnen Du kannst die ganze Zeit rumpimmeln und am Ende bist du alles nach vorne, bleibst du stehen, totes einmal, alles und hast du gone Ah Mist Ich weiß nicht Ja, das hatte ich mich auch vor Von den anderen habe ich wirklich was mitbekommen Ja, ich weiß nicht, wie passiert hier, das wird besser Aber es ist zu spät anfangen zu heilen Als Team Fort waren, ich weiß es ja nicht Ja, von der Krypto, der will weiter machen Dann Machen wir noch eine Runde Oh Gott Wie weit das noch weg ist Ich bin jetzt drei, ne Was ist das denn Ich weiß was das ist Spastig Nein Nein Schossah Dios Schöne Ich bin mein Schöne Ich hab's auch wieder im Übungsgefecht. Hallo? Verstanden. Ich verstehe. Verstanden. Hey. Das ist fertig. Abschuld. Hallo? Ja, heiß. Lange leider ist der Spawn-Camping eingeschweigen. Das war zu langweilig jetzt. Boing. Das ist schon gesagt, eine Runde noch. Es passiert keine Runde. Ich hasse es. Lalalala. Ja. Weiß runter. Ah. Weiß. Weiß. Aber ziemlich lange im Übungsgefecht schon. Au. Hab ich gesehen. Ich bin fast tot. Ich hab eigentlich mal. Na egal. Schade. Das wär jetzt geil gewesen. Ich hab nicht mehr genug Leute. Drei Leute. Drei. 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 Na endlich. Ah, das gibt es doch nicht. Ach ne. Rialto ist auch scheiße. Natürlich ist es ein Angriff. Rialto ist ein Angriff. Rialto ist ein Angriff. Rialto ist ein Angriff. Hey, wie steht's denn? Danke, Partner. Bonjour? Ja, ja. See, bitch. Alle Systeme sind bereit in den Krieg. Macht der Zerstörung. Mein Arm, die Welt, lädt sich auf. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Anrufe beginnt. Ich habe die Exportierung geliefert zu dem Ziel. Geht in dir! Wir müssen zusammenarbeiten. Bewegt die Fracht. Ab die Fracht. Schaffen wir sie weg. Was ist, noch ein Misch? Doch, an der Strecke sind. Ja, oh! Wir brauchen zwei. Ja, ich bin auf dem Lektion. Da war ich zwar nicht so. Ja, das ist so. Ich bin auf dem Weg . Du kannst mich auf den Kumpel ziehen. Ich bin auf dem Weg. Aua, 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 aua. Oh, dann ist das alles locker. Vielleicht spielt der Brücke das Fakt ab. Brücke und dann nach. Ich will dich nicht zu erwarten. Äh, warum sind hier so viele? Ich bin zu erwarten. Au, boah. Eine Sekunde, wie, äh, Eigenleck gehabt. Ich weiß auch nicht, ey. Du musst schon herkommen. Au, 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 er trifft. Ich muss hier ein bisschen ablenken. Ich muss hier ein bisschen ablenken. Ich stehe da aber eigentlich doof. Also eigentlich steht der vor schnell weg. New. Das ist ein bisschen ablenken. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und jetzt geht's hier. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und jetzt geht's hier. Ich bin zufrieden. Also guck mal, ich verarsche die schon. Er hat keinen Heiler hier sitzen. Schießt auf den doch, Mann. Er ist voll der Ultimate verschwendet für nix. Da kann ich auch wieder wechseln. Ich glaube nicht, dass die es hier kriegen werden. Oh, und ich sterbe doch mal. Ich kriege Schnappen. Aber wir kommen hier nicht mehr, Alter. Die haben alle keinen Bock. Ich stehe noch alle hier rum, was mit ziemlich auf den Sack geht. Oh, ich skippe mal Gas. Mann, ey. Ja, ich weiß, dass da noch einer ist. Es ist mir aber egal, weil der kann zwar... Der möchte ich machen, aber das langsam mal. Ich gebe nie auf. Das ist gut. Nehmen wir weiter Jawoll! Dreckscheckpoint Ah Guck mal, der ist gedacht, ne, also. Ah, der ging auf den Sack. Ah, Mist. Guck mal, so weit. Jetzt müssen die nur so ein paar Meter gehen. Nur so ein paar. Ah, guck mal, da kommt nix. Okay, das ist drauf. Auf die Gefängnisse zurück, alles klar. Ich weiß, wo ich hinschieße. Der hat mich jetzt auch weggeholt, weißt du. Leute, es geht da keiner mehr dran. Keiner macht was. Ich bin ganz allein da vorne. Das ist so kotzen. Es sind noch anderthalb Minuten und keiner hat Lust, da Gas zu geben. Guck mal, die hängen hier rum. Ich glaube, es ist auch hier hinten rum, weil es ist ja voll cool. Guck mal, hier siehst du alle. Oh, ich hatte keine Chance, ich konnte nicht ausweichen. Ja, das kriegen die Inch gebacken. Ich war so nah dran, ey. So kurz bei dem Scheißpunkt. Und jetzt haben die ja schon wieder so zurückgetragen. Krieg ich einen Affen. Ich weiß, was ich mach jetzt mal. Die Gerechtigkeit wird gelüge getan. Oh, André tot, ey. Boah. Ich hab keine Lust. Das ist so scheiße. Boah. Wenn man so kackt, wie man es ist. Oh nein. Hoppla. Ja, vielleicht. Obwohl, ich komme hier aber auch nicht mehr dahin. Hey, das ist ja immer. Beweg die Fracht. Boah. Ich hab den wieder erlebt. Das wäre der Autot gewesen. Nein, das ist besser ausgesehen. Das Scheiß ist hier vorbei, ne? Weißt du, hast du diese schwierigste Stelle mit dieser kacken Brücke und dieser Schwuchtel-Ecke geschafft. Im zweiten Checkpoint. Und dann sowas. Ich hab hier keinen, den ich überhaupt was scannen möchte, ey. Highlight des Spiels. Also, da waren wir fast dran. Da waren wir fast dran. Oh. So ätzend. Hier. So, Leute. Ich bleib nicht mit euch im Team. Ich glaub, das war's, ey. Du musst wie, fuck so ab. Das soll's gewesen sein für jetzt. Ich hab echt keinen Nerv mehr. Ich muss sowieso gleich mal gucken, was ich was kaufe. Weil, arbeiten muss ich heute auch noch. Ich hab ne Anerkennung für Fairness, klar. Natürlich. Nicht für Zusammenspiel oder Führungsrolle. Naja. Okay. Nein. Oh, jetzt lädt der das doch. Ich will nicht. So. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank.